Ich schaffe es, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ich schaffe es, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie schafft es, ihre Ziele zu erreichen. Wir müssen das Projekt bis nächste Woche schaffen. Wir müssen das Projekt bis nächste Woche schaffen. Er schafft die Prüfung nicht. Sie schaffen das zusammen. Mein Bruder schafft einen Marathon. Mein Bruder schafft einen Marathon. Das Künstler schafft wunderschöne Gemälde. Sie schafft den Berggipfel. Sie schafft den Berggipfel. Der Ingenieur schafft eine innovative Lösung. Kannst du 50 Liegestütze schaffen? Kannst du 50 Liegestütze schaffen? Der Koch schafft ein köstliches Abendessen. Der Koch schafft ein köstliches Abendessen. Sie schafft es, immer fröhlich zu sein. Sie schafft es, immer fröhlich zu sein. Es ist schwer, Arbeit und Familie unter einen Hut zu schaffen. Es ist schwer, Arbeit und Familie unter einen Hut zu schaffen. Schaffst du es, den Zug zu erwischen? Schaffst du es, den Zug zu erwischen? Er schafft es, die schwierigsten Rätsel zu lösen. Er schafft es, die schwierigsten Rätsel zu lösen. Er schafft es, die wichtigsten Rätsel zu lösen. Er schafft es, die wichtigsten Rätsel zu lösen.